ARD Text im Auftrag von Funk Mülleimer! M M M M Yay! Das ist ein Rumpe! Oh mein Gott! Lava! Lava? Ist der Lava Lava? Ne der wird alt! Der wird niemals alt! Oh! 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 Der müsste ein Lava brechen! Oh mein Gott! Lava! Da ist das schon wieder! Achso! Ich habe ja kein Material mehr! Ist ja scheiße! Dann heißt es jetzt Boneta! Willst du das wirklich tun? Ja! Ich muss! Ist dir da sicher? Sag mal könnt ihr auch den Begriff stacken? Das ist Hamster jetzt mal so! Was denn? Achso! Dann wenn du dann mit Schiff rein sortiert und sortiert das nicht von alleine! Man versteht das keiner von euch! Ich habe einen Bogen bekommen! Das ist total praktisch beim Sortieren später! Nein! Doch! Ist es! Ja du hast recht! Oh! Und ging's? Ja ja! Nein! Ja hast du recht! Oh! Was? Ich habe die Quelle ja nur zugemacht gerade! Ketanita! 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 Kaff'n Pfeil zwischen den Beinen und dem Kopf! Ketanita! 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 Alter, die Pflasterstände sind ja fast leer. Ach, das sind ja doch ganz viele Treppen. Jo. Alles klar, dann nehmen wir doch nie. So. Treppen, 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 Treppen. Stimmt's ja hoffentlich nicht, die, die ich nicht geöffnet hatte. Nein. Ich hab zwar fast nichts verstanden, aber nein. Das könnte man aus dem Kontext, glaub ich, ein bisschen verstehen. Ach, leck mich. Nee. Muss nicht sein. Richtig. Ich dachte, du stehst drauf. Nee, nicht bei dir. Willkommen im Leta. Mit cooler Textur. Ich hab mal jetzt wieder raus gemacht, wie gesagt. Von dem Textur-Pack, dessen Namen ich nicht weiß. Ja. Juhu. Und die sind... Boah, die Schweine sehen ja mal cool aus. Oh, ich hab sie geschlagen. Hm. Scheiße. Machst du auch sowas. Das wird mein Tor... Alter, wie stark die sind, ne? Hm. Musst du das so... Aua. Das war fest, da kam auf einmal noch von links auch noch einer. In die nächsten Ordnung. Hoffentlich sind sie jetzt die. Oder auch nicht. Müssen die auf hart spielen, ne? Mhm. Also wer was Interessantes sehen möchte jetzt in dieser Aufnahmesession, der muss bitte bei Hansch da reingucken, weil bei mir wird das nicht interessant. Ich hänge die ganze Zeit nur in der Öde um. Ich hab hier voll die Action und so. Tür-Action. 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 Oh mein Gott, da ist ein Krieg und der kommt mir näher. Niiiiuuuu. Niiiiuuuu. Da sterb ich. Ich sehe schon kommt. Den hat man gestern schon mal. Ja. Hat mir da irgendwas in der Litatur drin, ne? Ne? Äh, brennt auch. Ähm, weiß ich nicht. Irgendwie sind sie immer noch nicht so nett gesonnen auf mich. Ne. 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 Ich verstehe gar nicht warum. Ich hatte ihnen doch gar nichts gemacht. Natürlich, da wo ich bin, da ist natürlich auch einer im Loch. Zwei. Drei. Au. Au. Ah. Na. 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 Gut. So? Wenn ich mir jetzt neue Sachen machen werde. Puh. Sind sie immer noch böse auf dich? Ne. Nö, gar nicht. Na dann, kann ich ja reingehen. Weide Bray, die sind dann auch sauer auf dich, wenn du da rein dürfst. Ja. Scheiße, stimmt. Wollst nur mal wenns haben? A-M-M. So, Schuhe brauche ich ja nicht zu machen. Funktioniert ja nicht. So. Haben wir eigentlich sowas wie einen Bogen? Einen was? Einen Bogen. Einen Bogen habe ich, habe ich vom Zulett bekommen vorhin. Äh, Mob Drop? Ja, Mob Drop, genau. Und dann... Nein, nicht im Oben, da. Ja, das noch mal mit dem Bohr und so. Boah, ich bin gut. So, jetzt muss ich mich mal beeilen. Wenn mein Zeug weg ist. Ich hätte eventuell schon den nächsten Gast. Oh! Die haben wir gar nicht. Ja, natürlich. Natürlich nicht, ne. 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 Ne, da war letztens die Ria Star Child, wie auch mal sie heißt. Na gut, die sagten jetzt nichts. So weit habe ich... So, ne. So. Ne, so weit habe ich da noch nicht geguckt, nein nicht. Und ja, und da stehe ich ein bisschen in Kontakt, weil ich habe gebrannt. Ähm. Ja. Und der hat Verstand halt, ne? Ja. Ja. So ist das immer. Mit der Lava. Mit dem Heta. Mit dem Schwein. So. Und den Diamanten. Und immer noch sauer. Und zwar kann ich ja machen darf. So, ich versuche mich jetzt mal nach Hause zu finden. Wenn ich nicht schaffe, brauche ich mich. Nein. Doch. So. Aber nicht zu mir, falls ich zu Rompfe. Ja. Dann nicht zu Rompfe. Und wenn dann? Ich kann nicht, ich muss mein Zeug retten. Scheiße, ich bin runter gefallen. Scheiße, scheiße, scheiße. Ami. Entschuldigung, was ist geschehen? Ja. Ich hab schon wieder am Bogen kommen. So nie als Monster her, ey. Mann. Ist doch Kacke. 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 Mal wieder hier liegen und überall. Mein Gott, wo geht raus? Kein Plan. Ich hab aber auch nicht meine alten Sachen gesehen, ne? Ich lass die schon weg sind. Na, jetzt müssten wir schon mit dabei sein. Ach, ist doch scheiße. Alles scheiße. Gold. Gold? Ja. Uh. Einlauf. Na, wow. Hier geht raus. Immerhin. Zumindest teilweise. Jetzt habe ich verlautert. Tschüss. 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 Erstmal wieder. Auch hier bin ich im kreis gelaufen. Wenn ich jetzt wieder drauf gehe, dann weiß ich auch nicht. Nicht so schlecht bei Minecraft. Bums. in die vielleicht immer weg geben wenn man immer neu reinkommt oder so ich hab keine ahnung ich nix wissen ist auch sauber auf mich ich hab gott bekommen wir weg wirklich am arsch ja haben schon genau wie komme ich nach unten sein therapeut sollte bald gar nein ich brauchst du brauchst den ganzen ja ich habe rausgefunden ich habe das ich habe das ich habe okay aber gut dass ich alleine zu hause bin ich habe stromfrei das ganze wochenende und das sind in urlaub gefahren und ich hab Bock mehr auf ihr ich spreche mich nicht zu hause geblieben wenn jetzt direkt wieder schon eins auf mich zugelaufen kommt dann mache ich voll rage gleich mein gott ich glaub nicht ja ich hab die base oh mein gott ein slime noch einer ne nur einer was ne auch nur einer ne nicht so alles klar aber dann liegt auch noch zeug von mir sieht er mich der mich sieht er sieht mich weiß ich nicht er sieht mich er sieht mich oh 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 what the fuck what the fuck ich bin tot ahah ich bin draußen oh oh jetzt hab ich mir das Knie angestoßen hi was machen die hühner hier wir legen so viele eier ähm rompe äh hast du ne ich hab keinen rompe schnapp dir mal bitte ganz schnell von dahinten aus den Truhen Getreide da und im Lager mach mal bitte ganz schnell und Skelett ganz viel Getreide schnappen gehen jetzt ab also eins würde schon reichen ganz viel Getreide schnappen eins würde schon reichen wow äh druckplatten außerhalb sind sehr nice das skelett ist gerade reingekommen ha 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 wir sind halt faul ich bin gleich tot oh oh was hier warte ich hab schon getreide ich hab schon getreide du auch mit mir ha hast du keinen so gut bitte hierher jetzt in meine Richtung du hey hier alles ohne geschieht hey ihr müsst klopfen kommt her aber meine ersten Sachen sind jetzt bestimmt weg wir haben keine Hunger ich will auch die armen Hunger zu haben keiner muss glaube ich also Hand nehmen da komm aua warum tust du mir trotzdem mehr auch wenn ich dich schon vorher aua aua macht halt bei Hülchen muss doch was anderes nehmen jetzt oder du musst doch noch einen Samen nehmen Alter der hat meine ganze Rüstung aufgenommen ne der eine da ja Samen hier sagt die Hülchen noch nicht ah ja das schaff ich niemals das schaff ich niemals jetzt haben sie die Samen gefressen die müssen die hier Alter jetzt kommt natürlich auch noch ein Gast ja ja natürlich am Aschi gut ich hab wieder Samen hör du was wieder Samen ich bin jetzt gut bestimmt ja sie folgen mir ich folge deinen Samen nein geh weg verzieh dich geh weg 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 oh mein gott ich hab's geschafft bitte lass da nicht noch eins sein bitte lass da nicht noch eins sein bitte lass da nicht noch eins sein okay meine ganzen wir haben jetzt Hülchen ja wieso ist Affen weg so viel Hamstar Zeit ja ja